Das hast du davon, dass du dir helfen wolltest. Ja. Aber es war ausgleichende Gerechtigkeit. Ich hab sozusagen einen Fresh Spawn erwischt. Die haben sich zusammengehört. Endlich bin ich energised. Oh mein Gott. Warum sollst du mich, Mann? Lelong benutzt doch Mosin-Munition oder SKS. Oh, ich bin in Novo. Nee, Quatsch, bin ich gar nicht. Das ist immer so irritierend. Ich hoffe, die brauchen Mosin-Munition. Dann kann ich sie nämlich doch benutzen. Hab ich die Kugeln hinuntergeschmissen. Wo liegen meine Kugeln? Mal sehen, ob ich noch was von meiner Leiche retten kann. Wahrscheinlich nicht. Ich bin schon wieder eine Frau. Wie machst du das immer? Ich weiß nicht. Ich drück auf Respawn. Mach ich auch. Der Geschlecht-Simulator. So, jetzt hab ich eine geladene Longhorn. Jetzt kannst du losgehen. Was liegt denn da? Anscheinend wird hier überall mal geschossen. Elektro ist halt so ein Gebiet, wo du einfach mal erschossen wirst, wenn du nicht guckst. Oder auch wenn du guckst. Was brauchen die Daringer? Braucht die auch zufällig dieselben Munition? Ach, ich weiß nicht. Ja, die Fischernetze sind jetzt wahrscheinlich weg, wenn ich Pech hab. Natürlich sind die weg. Das ist ein super seltenes Item. Ja, ich bin also Novo. Und du bist wo? Ich bin wie der Elektro. Ich bin neben Elektro gespawnt. Ich guck jetzt noch mal nach meiner Leiche. Müsste ja gleich da sein. Ich bin fresh, wenn sie mich jetzt erschießen, ist es halt so. Ich hab leider keinen Kompass, deswegen kann ich jetzt noch nicht einfach mal nach Süden laufen. Dann verlaufe ich mich nämlich. Und Zombie, hallo? Wie kommst du hier rein? Oh, der Weihnachtsbaum ist auch noch hier. Und, hast du was drunter? Ich gucke gerade, aber es sieht schlecht aus. Ne, der ist komplett leer. So, ich laufe in die Stadt rein und da wird auch gleich die Polizeiwache sein. Hat sich gereimt, ey. 13 FPS, wollt ihr mich verarschen? 12, 13. Scheiße. 11. Können wir gleich ein Standbild draus machen? Ich hab auch gerade nicht viel. Ah, da ist er gelaufen. Warten mal, vielleicht kann ich mir das Zeug wiederholen, wenn ich mit einem Sledger mal niederknüppel. Jikes. Volltreffer mit der Longhorn und der lebt noch. Und ich blute wieder. Einen hab ich. Und erledigt. Und schnell verbinden. Der zuckt noch. Als er da aufgehört. Ah, hat er alles ruiniert. Oh Gott, ich friere. Nein, Freezing. Freezing ist nicht gut. Und ich hab doch noch mal die Häuser hier durchsuchen. Das Fischernetz ist leider ruiniert. Ja, ist nicht schlimm. Ich brauche eh wieder 12 Milliarden Birnabssäcke. Und die finde ich nicht so schnell. Ha, ein anderer hat. Das war ein anderer, der hat mich und den anderen hier erschossen, den ich angeschlossen habe. Oh, beide? Ja. Was für eine Sau. Ich glaube, ich weiß, wo er ungefähr hin ist. Du hast doch gar nichts, oder? Ich hab ein Sledger gemacht. Oh. Und ich werde jetzt Jagd machen. Ich hab noch einen Birnabssäcke gefunden. Was ist denn los? Ich werde wahrscheinlich keinen einzigen finden. I'm Freezing. I'm Freezing. Jetzt werde ich wahrscheinlich in Hypothermie stürmen. Das fehlt mir noch. Ist das auch ein Toter? Wie liegt der denn hier? Es ist nicht heiß aus. Oh, ein Rucksack. Boah. Da hat mich einer von hinten erschossen wieder. Das war der gleiche wahrscheinlich. Hat eine Leiche als Falle genommen, die irgendwo im Hinterhof war. Die Sau. Das ist hart. Schwein. Oh, jetzt habe ich in meinem... Egal, ich habe in meinem Backpack jetzt ein Drybag. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Aber in den Drybag kriege ich kein Backpack rein. Sachen gibt es. Oh, 10 Sekunden Zeit. Und wieder am Meer. Mensch, welch Zufall. Ja, wirklich. Wie kommt das? Du spornst ja noch am Meer. Und das ist... Wo bin ich denn jetzt? Ah. Ne, wo bin ich denn jetzt? Äh. Hä? Und ich bin mit einem Mann. Und hab die Hautfarbe gewechselt. Hey. Das ist unglaublich. Da musst du echt noch googeln, warum das bei dir so ist. Das ist ja nicht normal. Leute, ich brauche ganz dringend warme Klamotten. Ich verrecke hier sonst noch. Ich finde aber nix. Hunterpants. Hunterpants. In pristine. Jawoll. Oh nein. Ah, ich hätte erst die alten Sachen rausziehen sollen. Äh, die Klamotten rausmachen sollen. Oh, ist eine Etage tiefer gerutscht. Glück gehabt. So. Die Interax. Puh. Gut. Ich habe ein paar neue Kleider. Das ist Königs neue Kleider sozusagen. Ah. Ups, entschuldigt. Da ist mir gerade was runtergefallen. Man hat's gehört. Ah, das war ein bisschen Lavant. Hilfe. Ich brauche warme Klamotten. Maniacke. Ich brauche eine neue. Nein, da sind zwei. Es sind zwei. Es sind zwei. Es ist zum Heulen. Lauf. Ich muss doch hier irgendwo eine gescheite Jacke geben. So eine Daunenjacke am besten. Tja. Gehen wir in das gute Haus hier. Und schnell die Türen zu. Da haben wir irgendwas schönes. Eine weiße B大丈夫. Juhu. Oh, ein Dryback. Nein. Und scheiße, das ist Dryback verpackt. Das hängt in der Luft. Mal gucken. Wo bin ich denn? Dööööööö. Nee, liegt definitiv am Drybag. Das ist verbuggt. Schade. Blöd. Ich glaube, ich muss ein Feuer machen. Ich bin jetzt im Haus und bin umzingelt. Da habe ich keine Axt. Gibt es in Novo eine Feuerwache? Weißt du das aus dem Kopf? Oh ja. Nee, vor der Polizeiwache weiß ich zumindest. Ja, vor der Polizeiwache weiß ich auch. Dann muss es eigentlich ohne Feuerwache sein. Oder in so einem großen Ort. Müsste, ja. Ich weiß, dass ein Svenro eine ist. Aber Novo? Fuck, wo kommt der denn her? Endspurt. Ander nach vorbei. Jawohl. Leben kriegt ihr mich nie. Mit dem spielst du schon wieder? Mit Zombies. Damage. Wieso finde ich anderen nur Damage? Fischklamotten. Naked. Jawohl. Boah, ich bin schon mal halbwegs gerettet jetzt. Stell dir mal in die Häuser rein. Alle Türen zu schmeißen. Äh, Zombie-Funk. Wo haust du mich bitte? Ja, wahrscheinlich mit seinen Superkräften durch alles durch. Ja, genau so sieht es so aus. Und pristine. Soll ich den Motorrad-Helden mit da noch ein paar geschützte Möglichkeiten für meinen Kopf unter dem Motorrad-Helden, damit es auch jeder sieht, noch eine Sonnenbrille. Ich habe gerade eine blaue Jacke und eine rote Kappe auf. Also ich falle auch ein bisschen auf hier. Laufen. Ich muss in die Richtung, ja. So, ich hoffe, hier reicht den nächsten Ort noch rechtzeitig. Ich habe nichts zu essen. Keine Waffe. Ich könnte mich auch eigentlich irgendwo irgendwo runterstürzen. Aber sehr langweilig. Kannst du auch ein Steinchen aufsammeln und Selbstmord machen. Vielleicht klappt es ja bei dir. Äh, da hätten sie noch ein paar Häuser. Ich hoffe, was zu essen zu finden. Ich könnte auch mich auch trinken gehen. Das geht ja auch recht schnell. Wieso friert er noch? Er hat eine Bomberjacke, Wollmütze, Handschuhe, Hunterpants, dicke Stiefel. Regnet das bei dir oben? Bist du nass? Das ist doch kein Grund zu jammern. Na, na, na. Doch, für viele schon. Scheiße, wie komme ich jetzt hier raus, um vom Zombie gefressen zu werden? Ich renne einfach. Har. Hier war ich doch schon. Hier war ich doch gar nicht. Scheiße. Einmal Zug nach nirgendwo, bitte. Der Sack, ey. Ich bin wieder durch die geschlossene Tür gelaufen und habe mich angesprungen. Er weiß, was er will. Jetzt hat er einen Kugel in den Kopf bekommen von Ronny Longhorn. Von Ronny Longhorn. Was die wohl machen? Haben sie einen Ronny jemals gefunden haben? Das ist eine gute Frage. Das werden wir leider nie erfahren. Interessant wäre es, wenn jetzt nochmal niedergeschossen werden und dann sind sie es wieder gewesen. Ja. Bist du Ronny? Ich kenne mich doch. Wir haben Ronny gesucht. Das ist eine gute Ausrede, ne? Oh, Ronny. Ja, ja. Müssen wir eigentlich auch mal machen. Oh, sorry. Ich dachte, du wärst Ronny. Ja, dann müssen sie aber danach wieder nur verarzten, etc. Ja. Ja gut, mich haben sie abgeknallt. Mich konnte man nicht mehr verarzten. Oh, mich haben sie gut verarztet und mir haben sie ja noch ein paar Sachen gegeben. Also das war schon... Ja gut, sie haben sie auch in den Auge gegeben. Oh, was? Ruiniert. Ruiniert. Kann ich die echt nicht trinken? Oh, schon wieder ein Zombie? Was ist denn los hier? Oh, gleich zwei. Oh, komplett ruiniertes Trinken ist es zum Heulen nicht. Sowas finde ich. Ich friere immer noch und ich hab keine Axt, um Bäume zu fällen. Das ist nicht schön. Die rennen durch Wände, als ob da keine Wände wären. So, ich geh jetzt mal hier durch diese Hallen. Muss da irgendwas sein? In der Hoffnung, dass... Ja, bitte, bitte, bitte. Man hat ja auch mal mehr Glück gehabt in diesen Lagerhallen. Andes war in Epoch. Ja, Epoch. Da waren immer gute Sachen drin. Auf Epoch hätte ich auch mal wieder... Ich hab schon lange noch mehr gespielt. Hier gibt es bestimmt was. Das sind mehrere Stöcke. Stockwerke. Oh, ein schwarzer Drivework. Interestin. Täusch doch gleich noch aus. Hast du Glück. Ein Feuerlöscher besser als jeder andere Schlagwaffe momentan. Also eine Machete. Feuerlöscher, Machete, Machete, Machete. Ich kann auch eine Machete nehmen. Dann kannst du nämlich auch... Oh, sie schlagen schon wieder durch die Wände durch. Ich blute. Das war zum Heulen. Oh, der steht hier. Was? Nein. 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 Nein, 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 nein. Geht. Geht, Anne, zum Teufel. Oder geht mit dem Teufel. Was zur Hölle? Eine der Zorn ist hier hochgekommen. Durch die geschlossene Tür. Durch das ganze Treppenhaus. Und hat mich angegriffen. Oh, gib mir die eher so eine Leiter hoch, die wenn die Zombies im Nacken hängen. Ja, hoch kommst du noch, aber dann hängen sie alle unten an der Treppe und dann kannst du mal runter. Aber ich brauche einen Ort zum Verbinden und ich sage, das ist gerade der sichere Ort. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo. Wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten, ob es gut ist. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.